Wunderschönen guten Tag und Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Detroit Become Human, wir müssen jetzt den Verkehr blockieren, wir sind auch mit North unterwegs, wir wollen das Cyberlife Gebäude hier stürmen und die Leute, beziehungsweise die Androiden dort rausholen und befreien und jetzt müssen wir irgendwie das Verkehrssystem hier ein bisschen lahmlegen und eine kleine Blockade machen, damit hier keiner mehr durchkommt und ich glaube North hat eine Idee, was hast du denn? Ah, hier vorne oder was? Ah, was ist denn das? No parking, Truck Exit Okay Stiehle den Laster Okay, die Frage ist natürlich, wie kommt man denn da hoch? Ah, warte mal, hier können wir das aufmachen Und die können wir noch befreien Ah, okay, da ist das geschützt, das geht schon mal nicht Warten wir noch Ich wollte eigentlich noch den Androiden befreien, ich hoffe, das können wir gleich noch machen Ich hoffe mal nicht, dass der Alarm schlägt oder so, wenn wir jetzt hier mit dem LK wieder durchfahren Okay, wir sind drin, holen wir uns jetzt diesen Laster Können wir hier irgendwas noch machen sonst? Nee, ne, still den Laster Okay, wie gesagt, ich hoffe, der Android schlägt jetzt nicht gleich Alarm, wenn wir hier mit dem Laster durchbreddern Okay, LKW ist entsperrt, wunderbar Das würdest du nur ohne mich machen Schwierige Frage, ne? Zum Glück Sehr gut Okay, wunderbar Okay, wunderbar Wollen wir nochmal kurz schnell raus Ist mir doch lieber irgendwie Nicht, dass die doch irgendwie die Polizei rufen oder irgendwas Ihr wisst ja manchmal, wie es ist, ne? Sehr gut Man weiß ja nie Sehr gut Perfekt Straße ist blockiert Sehr gut Gebiet ist damit safe Ist auch nur ne Einbahnstraße Die Plaza ist gesichert Jetzt können wir in den Laden rein Okay, holen wir den Laster Und am Arena Oh, guck mal, was passiert Ich bin sehr gespannt Wie das am Ende ausgeht Das könnte gleich etwas lauter werden Ne Minimals vielleicht Ich kenne mich nur mit Aush So einen würde ich gerne mal beim Oral Truck Simulator spielen, ne? Bahn Wäre bestimmt interessant So einen futuristischen LKW Schon ein bisschen geil, muss ich sagen Ist schon ein bisschen geil Okay, und nochmal Vollstoff, wa? Maximale Power Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden Let's go Ich bin schon irgendwie so ein bisschen terroristischer Ausmaße an, was wir hier machen Das muss man schon sagen Du musst ihnen nicht gehorchen Du bist frei Das muss man wirklich mal sagen Das nimmt schon so ein bisschen terroristischer Ausmaße an, was wir hier tun Wir brechen ein Wir 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 nehmen Geiseln Wir übernehmen die Nachrichten Wir senden Hinweise über die Nachrichten Das ist schon crazy, ne? So, einmal umwandeln Einfach voll die Armee, ne? Voll die Armee einfach Echt krass Okay, haben wir hier noch irgendwas? Oh ja, einen haben wir noch vergessen Der sieht einfach aus wie North What the fuck? Ja Das ist schon wild Auf jeden Fall Das ist schon sehr wild Okay, Freunde Hauen wir mal ne Ansprache raus Mein Name ist Marcus Und genau wie ihr war ich ein Sklave Ein Objekt Zum blinden Gehorsam erschaffen Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen Meine Freiheit zu fordern Und zu entscheiden, wer ich sein will Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihn nicht länger gehorchen müsst Von diesen Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen Oder ihr kommt zu uns Und kämpft an unserer Seite Ihr seid jetzt frei Die Entscheidung liegt bei euch Ich folge dir Wir folgen dir Ich folge dir, Marcus 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 Dann folgt mir Wie, war der Revolution oder sowas? Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken Botschaft an die Menschen übermitteln Handle friedfertig oder gewaltsam Verändere den Kapitolpark Was? Doch, verändere den Kapitolpark Ähm Friedfertig? Wie kann ich denn friedfertig handeln? Bestimme unsere erste Handlung Bestimme unsere erste Handlung Handle friedfertig oder gewaltsam Äh Straßenlaterne Sie machen, was du machst, Marcus Führe und sie folgen Hacken Ach du Scheiße Unser Symbol wählen Hä, das eine sieht das Oben sieht aus wie das EAFC-Logo LOL Wir nehmen das, was aussieht wie ein Friedenssymbol Hacken Hacken Wir fordern Anerkennung unserer Würde Unser Hoffnung und unser Recht Wir wollen auf jeden Fall nicht gewalttätig werden Wir sind nicht mehr eure Sklaven, die Androide Wir haben einen Traum Okay Was haben wir noch? Okay, da vorne sind noch jede Menge Dinger Ah, wir haben noch die Fensterscheiben in der Seite Warte mal Ich hab's vergessen Markieren auf jeden Fall Nicht zerstören Wie gesagt, wir bleiben Gleiche Rechte für Androiden Ein Planet, zwei Völker Ich denke, sonst bin ich Wir haben einen Traum Gleiche Rechte für Androiden Finde ich eigentlich nice Ich hoffe, wir sind hier auf dem richtigen Weg Ich hab keine Ahnung Kann natürlich auch sein, dass wir hier komplett auf dem Holzweg sind Aber ich würde jetzt einfach mal nicht gewaltsam Ich weiß nicht, agieren wollen Wir haben schon einen umgebracht Das ist schon eigentlich viel zu viel gewesen Wir brauchen keine Meistermeer Wir brauchen keine Meistermeer Wir brauchen keine Meistermeer Wir brauchen keine Meistermeer Unsere Rechte Okay Taxis haben wir noch? Ich helfe dir Die Mucke ist episch gerade Die Mucke ist richtig episch Okay, wir sind 100% pazifistisch Das ist, glaube ich, ganz okay Ich weiß es nicht Wie gesagt, Gewalt ist halt immer scheiße Sehr gut Ist so Ähm Sind die hier am geschießen, oder was? Alter Was ist denn hier los? Ach du heilige Geh auf die Gruppe zu Okay Nicht gut Nicht gut, nicht gut, nicht gut Wir haben unsere Leute ermordet Wir wollen Gerechtigkeit, Markus Sie müssen bezahlen Du musst das hier nicht tun Nein Nee, wir verschonen Wir machen nichts Also wir verschonen die Gar keinen Fall Auge um Auge und die Welt wird blind Wir vergelten kein Verbrechen Mit einem weiteren Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung Eilmeldung Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden Die Untersuchungen dauern an Rizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt Die Situation ist äußerst bedenklich Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Keine Ahnung, ob das jetzt die richtige Entscheidung oder die falsche Entscheidung Boah, wir haben viele Sachen nicht gefunden hier, was war da los? Wo war das? Das war, glaube ich, auf dem Platz wahrscheinlich vorne, ne? Nachrichten verbreiten, ja, da haben wir ein paar Sachen nicht gemacht tatsächlich Statue markieren, da haben wir ein paar Sachen ausgelassen Was jetzt aber, glaube ich, nicht so wichtig für den Verlauf gewesen Aber ich glaube, es ist richtig, dass wir das Ganze friedlich gemacht haben Dass wir nichts zerstört haben, zumindest nichts Öffentliches zerstört haben Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, die zwei Polizisten zu verschonen Auch wenn die unsere Leute halt abgeknallt haben, aber Ja, keine Ahnung Ich glaube, wie gesagt, die öffentliche Meinung ist halt wichtig Die ist zwar gleichgültig, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, aber Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach schon wichtig, dass wir Ja, vielleicht nicht unbedingt handeln wie die Menschen Weil Menschen hätten Rache geübt, wahrscheinlich, in den meisten Fällen zumindest Ich glaube, das war schon ganz gut so Ich weiß es aber auch nicht Ich bin verwirrt Ich bin maximal verwirrt Oh Wir leben Geil Nice So, Freude von Hank Wir sind untotbar Immer noch unsterblich, Connor, hä? Ja, sicher Sozusagen Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück Hat er nicht Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant Kein Grund, emotional zu werden Leck mich Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant Wir sollten nicht hier sein Mieses Gefühl, hä? Lass dein Programm überprüfen Ist vielleicht defekt Tief im Inneren Mark hält uns, ich bin mir sicher Ich bin mir hundertprozentig sicher Aber ich meine, theoretisch gesehen Hätte er uns in der einen Szene abgeknallt Wir wären ja eh nicht tot gewesen Die aus dem Menü Oh, wow Ich bin, äh, Lieutenant Hank Anderson Detroit Police Department Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky Bitte, kommen Sie rein Okay Das ist die Dame aus dem Hauptmenü Die ist echt heiß Ich sag Elijah Bescheid Machen Sie es sich bequem Darf man das so sagen? Wahrscheinlich gibt es von der noch hundert andere Also von daher Die sehen ja alle gleich ausgefühlt irgendwie Die ganzen Androiden Und Hanky Tank Alles fit? Oh, wow Ähm, was haben wir denn hier Schönes? Lass uns mal das Bild angucken Das ist er, oder was? Das ist der Mr. Kamsky Elijah Kamsky Cyberlife-Gründer im Ruhestand seit 2028 Erfindet es Ziriums und der Biokomponententechnologie Der Typ muss Schotter haben Bisschen am Meppen, ne? Der Typ muss Schotter haben Bisschen am Meppen Das glaubst du aber Ja, hat er sich wahrscheinlich so zusammengebaut Wie er Bock drauf hatte, ne? Nette Hütte Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor Wie fühlt sich das an? Ich habe keine existenziellen Fragen Wenn sie das meinen Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenüber treten Ich hätte ihm da so einiges zu berichten Ist das noch Kunstfreiheit oder ist das schon anstößig? Ich bin mir unsicher Ich bin mir unsicher So, wen haben wir hier? Ah, ist das eine Amanda Nee, das ist Amanda Professorin von Künstlicher Intelligenz Ja, Amanda halt, ne? Oh, und hier können wir wieder lesen Guck mal Tech-Edict Weltraumtourismus nimmt zu Luxus-Urlauber greifen nach den Sternen Ähm, gehen wir erstmal hier runter Weltraumtourismus nimmt zu Mit dem Aufkommen wiederverwendbarer Raumschiffe wird der Weltraumtourismus Realität Für die, die es sich leisten können Luxusanbieter Clear Skies bietet die ersten kommerziell verfügbaren Flüge in den Weltraum Das Erlebnis umfasst eine dreistündige Mondumrundung und spektakuläre Ausblicke auf die Erde durch ein eigens entwickeltes Beobachtungsdeck Das finde ich immer total interessant, ne? Ich meine, in echt ist es ja mittlerweile auch so dass die so in Richtung Weltraumtourismus gehen wollen und die wollen ja irgendwie auch, dass man den Mond dann dass man Urlaub auf dem Mond machen kann oder auf dem Mars, nee, auf dem Mars war das auf dem Mars, nicht auf dem Mond, Blödsinn Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie ganz weird, ne? Ich weiß nicht, ob wir als Menschen ob wir wirklich noch einen zweiten Planeten in diesem Weltraum, sag ich mal, verdient hätten Ganz ehrlich, ich glaube nicht Ganz ehrlich, ich glaube Wir Menschen sind einfach als Lebewesen so fucking egoistisch Ich weiß nicht, ob wir auf einem anderen Planeten gehen sollten Ich glaube nicht, dass das Ich meine, wir haben es ja mit dem einen Planeten, den wir haben kriegen wir es ja schon nicht hin, ne? Schwierig Schwierige Nummer Ähm, gehen wir mal auf Seite 2 Äh, mit steigendem Wettbewerb auf diesem wachsenden Markt können die Kunden damit rechnen, dass die Reisen zunehmend günstiger werden Doch Verbraucherrechtsaktivisten bringen derartige Boutique-Erfahrungen bereits als Zeichen der zunehmenden sozialen Ungleichheit in Verruf Ein Sprecher von Aid on Poverty, AOP, sagte Während die obersten 1% der Erde vom Weltraum aus genießen, leidet der Rest unter Umweltverschmutzung, Hunger und Armut Clear Skies wollte dies nicht kommentieren Aber der neue Slogan für ihre Weltraumferien wirkt in zunehmendem Maße treffend Lassen sie alles unter sich Ich mag die Messengers in diesen, äh, in diesen Artikeln sehr gerne, muss ich sagen Ich mag die, ich mag die Messengers So, was haben wir hier? Cyberlives Wahrsager-Computer Okay Ähm, Cyberlove hat einen neuen Quantensupercomputer enthüllt Der ein extra Flop eine Milliarde Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde leistet Das Äquivalent einiger menschlicher Gehirn in einer Maschine Der Computer wurde eigens entwickelt, um enorme Datenmengen aus diversen Quellen zu analysieren und Vorhersagen zu treffen Cyberlives leitende Zukunftsforscher Philip Seymour ist sehr zuversichtlich Wir haben viele Tests durchgeführt und die Ergebnisse werden die Leute begeistern Mit dem Computer soll die Möglichkeit Massenvernichtungsereignissen wie Invasionen aggressiver Aliens oder globale Klimakatastrophen Durch Meteore oder Superviren berechnet werden Okay Ähm, der Computer könnte helfen, solche Katastrophen vorherzusagen, damit die Menschen nicht unvorbereitet getroffen werden Trotz der Weltuntergangsszenarien von Leuten, die fürchten, dass künstliche Intelligenz bereits zu viel Einfluss hat Preisen viele Experten dies als Quantensprung der angewandten künstlichen Intelligenz Okay Ja, ich meine, wir sind ja gerade im Moment in einer ähnlichen Situation, ne? Ich meine Es ist ja gerade ähnlich, dass künstliche Intelligenz immer präsenter wird Und immer Naja, wie soll ich sagen? Immer wichtiger Weiß ich nicht, ist es wichtiger? Ich weiß es nicht Naja Ich würde sagen, in der nächsten Folge Ähm Gucken wir uns Schauen wir uns mal an Einen Moment bitte Was Mr. Kemski uns sozusagen hat Der Erfinder von Cyberlife, der Erfinder dieser ganzen Androiden Ich bin sehr gespannt Ähm, freu mich auf die nächste Folge Ich hoffe, du bist dann auch wieder am Start Morgen 20.15 Uhr geht's weiter mit Let's Play Teacher, become human, macht's gut Bis dahin Haut rein Bis dahin